Der Besatzumbruch in Richtung Asien läuft auf Hochtouren und jetzt zum Start in die neue Woche in jedem Falle mal an der Zeit, um euch auf den aktuellsten Stand der Dinge zu bringen. Denn am Wochenende hat es ein paar Veränderungen gegeben. Veränderungen sind nötig und es werden auch noch einige Veränderungen folgen, definitiv. Aber jetzt einfach mal Zeit für ein kleines Update. Ja, starten wir einfach mal im Regal. Da steht momentan nicht mehr alles so, wie es eigentlich stehen soll. Es soll noch ein bisschen Platz geschaffen werden für kleine Bänken. Unten wird sich jetzt gar nicht so arg viel verändern. Die beiden Cubes bleiben in jedem Falle bestehen. Dann auch mal optimal für etwas größere Regenbogenfischarten zum Beispiel, um die dann zur Zucht anzusetzen. Das Einzige, was ich bei den beiden Cubes noch austauschen werde, ist der Bodengrund. Da geht in jedem Falle schwarzer Sand rein. Ansonsten der Startschuss ist ja eigentlich schon gemacht Richtung Asien mit dem neuen Pastellkontel Zuchtbecken. Auch das Becken bleibt in jedem Falle so, wie es ist, bestehen. Aber oben drüber, da wird sich einiges verändern. Hier werde ich in jedem Falle Platz machen für 6x30-2020 Becken, um dann insbesondere kleinere Fischarten, wie Blauaugen zum Beispiel, dann gezielt zur Zucht ansetzen zu können. Das Alu-Steckregal macht mir natürlich so ein Umbau auch ziemlich einfach. Nicht nur super stabil das Ganze, eben auch super flexibel. Ich habe ja darüber schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch gerne nochmal oben. Das Teil hat jetzt schon einige Jahre auf dem Buckel und auch schon einige Umbauten hinter sich. Und ja, die Ebene für die 35er Beckenhöhe ist jetzt komplett raus. Ich habe jetzt nochmal 4 Stangen nachbestellt für eben dann die flachen Becken mit lediglich 20 cm Höhe. Also dann Platz für insgesamt 6 Stück, 30-20-20. Und dann oben drauf geht nochmal ein durchgängiges mit 60-30-20. Das mal als aktueller Stand für das Regal. Jetzt allerdings erstmal ein kleines bisschen Zwangspause, bis dass die neuen Stangen da sind. Und dann wird das Regal wieder komplett zusammengesetzt. Ja, aber auch nicht weiter schlimm, so eine kleine Zwangspause, denn mir fehlen aktuell sowieso noch die kleinen Becken. Ich habe noch einige davon da. Allerdings sind die belegt, denn ich möchte natürlich so viel Dekoration, was in den Altbecken drin gewesen ist, auch noch behalten. Also draußen im Flur ist erstmal Chaos 5. Da steht alles irgendwie untergebracht. Die Filter möchten natürlich auch irgendwie weiterlaufen, ganz klar. Damit ich da nach Möglichkeit eben auch so nahtlos wie eben möglich hier dann auch weitermachen kann. Ja, eine Veränderung, die ich in jedem Falle machen möchte in den nächsten Tagen ist am ehemaligen Wasserfall, Mini-Wasserfall. Am neuen Green Rock Projekt möchte ich ja fast sagen. Denn von Wasserfall ist ja hier nicht mehr so arg viel übrig. Das Korallenmoos hat alles komplett überzogen. Es ist nicht die Pumpe, die defekt ist. Ich habe es im letzten Update-Video zu dem kleinen Mini-Projekt hier schon mal erklärt. Es ist einfach das Korallenmoos, was alles komplett überwachsen hat und dadurch eben kein Wasserlauf mehr wirklich zu sehen ist. Ja, da sollte es in jedem Falle eine kleine Veränderung geben, um das Ganze noch ein bisschen besser in Szene zu setzen. Um auch vor allen Dingen die Reinigungsarbeiten mir so ein bisschen einfacher zu machen. Das Ganze wird ein etwas größeres Becken werden. 40er Länge, 20er Tiefe, 15er Höhe. Denn ihr könnt es vielleicht hier sehen an den Seitenscheiben. Das ist doch extrem schwierig, da ordentlich ranzukommen, das Ganze ordentlich zu putzen. Deswegen wird das Ganze in ein etwas größeres Becken umziehen. Das Becken ist im Übrigen auch schon da. Das ist heute Morgen gekommen. Steht hier auf dem Tisch. Lasst euch von der Größe des Kartons nicht blenden. Wie gesagt, 40, 20 auf 15. 12 Liter Volumen, also alles in allem und in jedem Falle ein paar bessere Möglichkeiten, das Ganze dann ordentlich in Szene zu setzen. Ja, sehr wahrscheinlich dann auch mit Besatz. Also ein paar Neocaridina-Zwergkanälen kann ich mir dann sehr, sehr gut in dem Becken vorstellen. Also da wird in jedem Falle nochmal etwas Neues kommen. Ja, gut verpackt das Ganze. Ich habe es schon mal ordentlich gerüttelt und geschüttelt. Also Bruchglas scheint jetzt hier nicht drin zu sein. Das Becken kommt von Aquariumbau Terra Natur. Findet ihr im Web unter www.terra-natur.eu. War nicht meine erste Bestellung bei Terra Natur und wird auch mit Sicherheit nicht die letzte Bestellung gewesen sein. Ja, nur ein Unboxing-Video. Das fehlt noch so ein bisschen. Ich mache gerade mal ein bisschen Platz hier, ohne dass das Teil jetzt zu Bruch geht. Denn auch das Tischbecken ist von Terra Natur. Jedoch habe ich auch dazu damals kein Unboxing-Video gemacht. Das habe ich dann eher im Einrichtungsvideo, glaube ich, so ein bisschen bin ich darauf eingegangen. Zu dem kleinen Becken machen wir in jedem Falle nochmal ein separates Unboxing-Video. Da gibt es nochmal ein paar Informationen dann über Terra Natur. Eigentlich ein Aquarienbauer, mit dem ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite, weil er einfach qualitativ sehr ordentlich arbeitet, um das Ganze, wie ich finde, zu fairen preisen. Ja, das zu Terra Natur und dem neuen Becken dann für das Green Rock Projekt. Hier ist allerdings keine Sache, die ich mit Priorität 1 irgendwie so schnell wie möglich durchziehen möchte. Das ist definitiv nicht vorrangig. Ist jetzt erstmal die Einrichtung oder die Fertigstellung vom Tischbecken. Die Bepflanzung steht ja noch aus. War eigentlich für heute so ein bisschen eingeplant. Jedoch wollte ich heute mal so ein kleines Update reingeben, eben, um euch da so ein bisschen auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. Denn es sind dann schon einige Veränderungen gewesen am Wochenende. Speziell eben auch zum Beispiel für das Regal. Im Zimmerpflanzen-Aquarium ist momentan auch Chaos ohne Ende. Da ist einiges noch an Pflanzen mit eingezogen, was erstmal noch so ein bisschen zwischengelagert werden muss. Auch da sind chaotische Zustände. Wobei ich ganz sagen muss, das mit dem Froschbiss auf der Oberfläche gefällt mir eigentlich soweit ganz gut. Also daran könnte ich mich eventuell gewöhnen. Ich bin ja noch so ein bisschen am überlegen, was ich dann mit dem Zimmerpflanzen-Aquarium besatztechnisch anstellen werde. Und da wird es sehr wahrscheinlich so sein, dass ich den knurrenden Zwerg-Kurami in das Zimmerpflanzen-Aquarium einsetzen möchte. Es sind friedliche Tiere. Werden auch nicht ganz so groß. Durch diese 22 cm Beckenhöhe geht ja in dem Becken sowieso nicht so arg viel. Ich hatte erstmal kurzzeitig über Medakas nachgedacht, um das Ganze so ein klein wenig in Richtung Indoor-Teich gehen zu lassen. Allerdings, ja, die Tiere vermehren sich ganz ordentlich Medakas. Und da brauchst du dann in jedem Falle doch ein bisschen mehr Wasservolumen. Durch die 60-40 cm Grundfläche wäre natürlich einiges vorhanden. Allerdings ist auch einiges zugebaut. Da denke ich mal, der knurrende Zwerg-Kurami ist da schon die bessere Alternative. Ja, ansonsten das Pilzbecken. Das wird in jedem Falle geräumt. Da kommt was Neues. Kommt ein Kalaxbecken durchgängig. 76 x 38 cm dann in der Grundfläche und in der Höhe wahrscheinlich 30 oder 35 cm. Also alles in allem irgendwas um die 80 bis 100 Liter Gesamtvolumen dann. Und ich denke mal, damit lässt sich dann auch ordentlich etwas machen. Vielleicht in Richtung Pseudomogil-Arten. Und das kann ich mir dann für das Kalaxbecken bzw. dann für das neue Pilzbecken. Denn die Wurzel soll in jedem Falle wieder mit rein. Dann auch sehr gut vorstellen. Aber auch das Projekt hat in jedem Falle noch ein bisschen Zeit. Ist jetzt nichts, was von jetzt auf gleich stattfinden wird. Das definitiv nicht. Vorrangig geht es mir erstmal darum, damit das Tischbecken fertiggestellt wird. Damit die Amanogarnelen, insbesondere die Amanogarnelen einziehen können. Und auch die Perlumberblinge. Damit es dann da auch in Richtung Vermehrung mal weitergehen kann. Ja, ansonsten von der Wichtigkeit her, ganz ganz weit oben ist natürlich das Beta-Projekt. Und es kann sein, dass ich mich von dem Lido 120 doch nochmal verabschiede. Dass ich ein anderes Becken nehmen werde. Ja, der ein oder andere wird sich vielleicht daran erinnern, der schon ein bisschen länger dabei ist, dass ich ja eigentlich so eine kleine Allergie habe gegen Juwelbecken. Da mache ich eigentlich auch kein Geheimnis raus. Und deswegen tue ich mir dann mit dem Lido 120 doch ein bisschen schwer. Das hat sich jetzt gerade ein neuer Standort am Wochenende ergeben, wo ein anderes Becken stehen könnte. Das wäre dann ein 60-35-35, was mir da vorschwebt. Also 70 Liter. In jedem Falle auch noch völlig okay, um einen Hochzuchtbetter vernünftig zu pflegen und auch zu vergesellschaften. Ja, auch das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das Becken würde dann offen betrieben. Da habe ich dann eben keine Gefahr mehr von der Höhe, dass meine Jungs da irgendwie Blödsinn machen und irgendwas ins Becken reinwerfen. Also da sehr, sehr gut möglich, dass ich da nochmal eine kleine Planänderung vornehmen werde. Aber in jedem Falle, das Beta-Projekt steht ganz, ganz weit oben in der Prioritätenliste. Und da bin ich auch weiterhin ganz guter Dinge, dass es da im März mit losgehen kann. Ja, ansonsten ein bisschen holprig gewesen dieser Wochenstart. Ihr habt es wahrscheinlich am Anfang des Videos gehört. Meine Jungs sind zu hören gewesen. Die waren heute den kompletten Tag über da, weil in der Tagesbetreuung ein bisschen was krankheitsbedingt nicht so rund läuft. Und ich hoffe mal, das Ganze geht morgen wieder seinem ganz normalen Weg. Und dann wird es auch hier mit der Bepflanzung vom Tischbecken dann weitergehen. Die Pflanzen, die am Wochenende ja gekommen sind, sind jetzt erstmal im Flur draußen untergebracht. In den unzähligen Boxen, die da überall noch rumstehen. Damit die Pflanzen auch in jedem Falle erstmal versorgt sind. Ja, aber wie gesagt, ich möchte das Becken in jedem Falle die Woche noch an den Start bringen. Und idealerweise auch noch diese Woche hier die Amarmo-Garnelen dann auch einsetzen, weil es einfach weitergehen soll. Dann am Regal geht es ja sowieso Schritt für Schritt jetzt weiter. Erstmal abwarten angesagt, bis dass die neuen Streben da sind. Jetzt kam ich gerade nicht drauf, was ich eigentlich sagen wollte, bis dass die Streben da sind. Und Sand ist ja auch noch unterwegs für die beiden Cubes unten. Und das wird im Übrigen der Schicker Mineral in schwarz werden. Vielleicht dann auch dazu nochmal ein kleines separates Video, um das Thema Trübung von Sand nochmal so ein bisschen anzugehen. Denn ich bin auch da überzeugt, dass der nicht trüben wird. Das ist nicht der erste schwarze Sand von Schicker, den ich bekommen werde. Und ich denke mal nicht, dass ich jetzt hier einen Sack erwischt habe, der irgendwie besonders speziell schlecht ist. Das glaube ich eigentlich weniger. Denn bisher sind meine Erfahrungen mit den Sanden von Schicker Mineral bisher durchweg positiv gewesen. Besser als mancher Marken Sand, das in jedem Falle. Und ja, wahrscheinlich wird es dann dazu nochmal ein kleines separates Video geben. Ja, ansonsten Bachlauf-Aquarium, da ist alles soweit, ja, wie gehabt eigentlich. Auch hier muss ich nochmal ran, den Besatz natürlich rausholen. Dafür brauche ich aber erstmal im Flur ein bisschen Platz. Die unzähligen Boxen, die da rumstehen, die schlucken nun mal den Platz weg. Und ja, mehr Platz habe ich nicht. Ist einfach so. Mehr Platz ist einfach nicht. Von daher, bis ich jetzt hier besatztechnisch so weit bin, dass ich sagen kann, hier können neue Tiere rein. Müssen natürlich erstmal die alten raus, vollkommen klar. Aber dafür muss erstmal dann im Flur so ein bisschen rückgebaut werden. Ja, dann hätten wir noch das kleine Mini-Projekt mit der Bergpalme. Das geht ja jetzt in die zweite Woche und das schaut soweit eigentlich ganz ordentlich aus. Es gibt an manchen Blättern so ein paar unschöne Stellen. Das sind in der Regel Blätter, die jetzt dauerhaft Kontakt hatten mit Wasser. Und das scheint sie nicht ganz so zu mögen. Aber ansonsten steht die Pflanze richtig ordentlich da. Es ist gut möglich, dass ich das Projekt hier integrieren werde. Hier in das neue Green Rock Projekt. Also dann der mit Korallenmoos überzogene Lavafelsen. Dann in Vergesellschaftung quasi mit der Bergpalme. Könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Mal schauen, was mir da am Ende einfällt. Ja, das wäre dann im Übrigen auch der Platz, wo ich mir da 60, 35, 35 Becken sehr, sehr gut vorstellen könnte. Dann als Beta-Projekt. Alles in allem komme ich hier auf eine Höhe von 1,25 Meter. Also da wäre dann der Besatz in jedem Fall sicher vor irgendwelchen Wurferattacken meiner Jungs. Und das war ja auch damals die Hauptintention, weshalb ich sagte, okay, im Flur das Lido 120 dann als geschlossenes System könnte ich mir ganz gut vorstellen, eben um diese Wahrscheinlichkeit dann zu minimieren, dass dann meine Jungs irgendwie Blödsinn machen. Wäre jetzt hier an dem Standort definitiv anlassbar umsetzbar und von daher, ja, ich werde sehr, sehr wahrscheinlich dann vom Lido 120 Abstand nehmen und das Ganze als offenes Becken, als offenes Projekt eben dann zu betreiben, so wie ich es eigentlich auch ganz gerne machen möchte. Ja, also das mal dazu. Es gibt einige Veränderungen, die in jedem Falle noch kommen werden innerhalb der nächsten Zeit, um dann besatzmäßig in Richtung Asien absolut auf Kurs zu sein. Ja, der Startschuss ist ja gemacht schon mit dem Pastellkondel-Zuchtbecken, das in jedem Falle. Und jetzt wird noch die Amano-Garnele und der Perlunbeer-Blink nachziehen, dann im Tischbecken. Ich bin da ganz guter Dinge, dass das die Woche noch in jedem Falle mit der Amano-Garnele dann klappen wird. Die Amano-Garnele vorab reinschicken, habe ich kein Problem mit. Mit den Perlunbeer-Blinken werde ich in jedem Falle da nochmal ein paar Tage abwarten. Auch wenn das Becken insbesondere mit dem Holz Material bekommen hat, was alles schon mal in einem laufenden Becken eingebracht gewesen ist und natürlich auch noch einen gut eingelaufenen Filter bekommen hat, so gehe ich hier lieber auf Nummer sicher und warte dann mit dem Fischbesatz insbesondere einfach nochmal ein paar Tage ab. Wie gesagt, Amano-Garnele vorab habe ich definitiv kein Problem mit. Da sind die Wasserwerte in jedem Falle okay. Okay, ist jetzt auch kein Nitrit nachweisbar. Nitrat hält sich im Grenzen. Da ist soweit alles in Ordnung. Ja, das mal so zum Wochenstart. Ich hoffe mal, ihr seid jetzt soweit auf dem aktuellsten Stand der Dinge. Und ich habe nichts vergessen. Falls ihr noch Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Und ich hoffe mal, dass die Woche ein bisschen entspannter jetzt weitergeht, als wie dieser Montag hier begonnen hat. Denn insbesondere, wenn die Jungs morgen zu Hause sind, ist es dann doch ein bisschen schwierig. Also so Sachen wie Bepflanzungsvideo kann ich dann völlig vergessen, weil einfach die Ruhe definitiv nicht da ist. Ja, mal schauen, ob sie morgen da sind oder ob das Ganze wieder seinen normalen Gang geht. Und ich halte euch da natürlich auf dem Laufenden. Ich wünsche euch einen super Start in die Woche. Oder besser gesagt, ich hoffe, ihr seid gut in die Woche reingekommen. Falls ihr noch Fragen habt, wie gesagt, gerne ab damit in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns in einem der nächsten Videos wiedersehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss. Tschüss. Tonel Prinzip. Tschüss. R início. Töne Tort b Azerbe ancestors. DünetACT kann, ist es hier echt zu sein. Vielen Dank.